Was geht ab? Die Lappen vom Ballungsraum sind am Start. Und heute gibt es von uns alle News zu den ARM-Macs. Tim Cook hat dieses Jahr auf der letzten Developer-Conference davon gesprochen, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch, wirklich auf jeden Fall, die neuesten Chips von Mac bekommen. Und die neuesten Chips von Mac heißt, es werden ARM-Prozessoren kommen. Allerdings ist nichts passiert bis jetzt. Somit haben wir jetzt nicht mehr viele Chancen, da noch was zu erwarten. Das heißt, wir gehen schwer davon aus, dass es bei dem nächsten Event kommen wird. Und das soll im November stattfinden. Aktuelle Gerüchte weisen darauf hin, dass für den Dienstag, 17. November, eine Keynote anberaumt ist. Auf dieser Keynote sollen die ersten MacBooks mit Apple Silicon-Prozessor vorgestellt werden. Welche Modelle das genau sind, weiß man aktuell noch nicht. Ein Indiz, dass dieses Mal im November auch die MacBooks vorgestellt werden mit den ARM-Prozessoren, ist, dass konkret Zertifizierungsdokumente eingereicht wurden von Apple. Und das geschieht normalerweise immer erst ein paar Wochen vorher, bevor die Chips dann auch wirklich in die Serie gehen. Im Rahmen der November-Veranstaltung sollten wahrscheinlich nur MacBooks vorgestellt werden. Der neue iMac, schätzen wir, wird erst 2021 auf den Markt kommen. Wie eingangs erwähnt, ist es aktuell noch unklar, welche MacBooks genau den neuen Chip von Apple bekommen werden. Wir schätzen, dass das MacBook 12 Zoll, was schon seit einer Weile aus dem Shop geflogen ist, aufgefrischt werden soll mit einer neuen ARM-CPU. Oder das MacBook Air. Die Umstellung der kompletten Pro-Linie, die wird deutlich später stattfinden. Die bereits in der Vergangenheit immer wieder gut informierte China Times hat die ersten Gerüchte für einen neuen Prozessor am iMac dann auch schon offengelegt, weil sie einfach mit Zulieferern gesprochen haben und da immer wieder Hinweise dafür bekommen haben. Während dem MacBook der A14X zum Einsatz kommen soll, haut Apple wahrscheinlich in den iMac den A14T rein. Der iMac, der den A14T bekommen soll, hat einmal diese Chip-Einheit A14T und eine eigene Grafik-CPU, die sich LIFUKA nennt. Ob die am Ende so heißen wird, bleibt natürlich noch dahingestellt. Es sind beides in 5-Nanometer-Verfahren gefertigte CPUs. Die eine eben die Grafik-Einheit, die andere die Recheneinheit und soll eben ein Team für den neuen iMac bilden. Ein bekannter Leaker auf Twitter hat rausgehauen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall zwei Chips geben soll. Einer mit 8 Kernen und einer mit 12. Ein weiterer Chip mit 16 Kernen soll wohl nächstes Jahr auf den Markt kommen. Die exakten Spezifikationen der einzelnen Chips sind noch nicht bekannt. Wie bei Apple üblich kann es aber sein, dass es sehr langsame und dabei effiziente Chips sein sollen und auf der anderen Seite aber extrem leistungsstarke Chips geben könnte. Die exakten Spezifikationen von Apple sind noch nicht bekannt. Wie es aber bei Apple üblich ist, kann es sein, dass ein langsamer Chip, der dafür sehr effizient ist, rauskommt und dann noch einen sehr leistungsstarken Chip. Laut den neuesten Aussagen der Leaker soll es sich bei dem eigens von Apple entwickelten Prozessor um einen 8 Performance Kern Prozessor und einen 4 Effizienz Kern Prozessor handeln, die unter dem Codenamen Firestorm und Ice Storm entwickelt werden. Unklar ist allerdings noch, wie es Apple genau macht, ob ihr jetzt den Chip gegen den Aufpreis dann auch erhöhen könnt in eurem MacBook oder ob eigene Modelle eigene Chips bekommen, so wie es bei den iPads üblich ist. Was bedeuten jetzt diese Leak News für jemanden, der sich aktuell einfach ein MacBook kaufen möchte? Ganz so dramatisch ist es nicht, weil ihr habt auf jeden Fall noch eine längere Zeit, die das Ganze letztendlich in Anspruch nimmt, weil Apple sagt, dieser ganze Einführungsprozess, bis jedes MacBook mit dem neuen ARM-Chip ausgestattet wird, geht ungefähr zwei Jahre. Das heißt, nach und nach werden die Modelle aufgefrischt, die eine Palette zuerst, die andere dann später. Aber Apple sagt natürlich, dass in diesem Zeitraum die Software-Funktionalitäten voll gewährleistet sind und ihr natürlich auch Updates für eure Geräte bekommt. Also habe ich das richtig verstanden? Wenn ich ein aktuelles MacBook Pro haben möchte, kann ich mir bedenkenlos eins kaufen. Genau, das kannst du machen, weil das eh noch ein bisschen dauern wird, bis die Pro-Reihe aufgefrischt wird. Aber wenn du jetzt sagst, du willst jetzt ein neues MacBook Air oder vielleicht sogar spekulierst auf einen MacBook 12 Zoll, dann sollst du vielleicht noch die November-Keynote abwarten und lass dich überraschen, was da noch rauskommen könnte. Von den ganzen Aussagen sind wir natürlich relativ gehypt. Auch wenn man jetzt respektive mal den A14-Chip aus dem iPad Air 4 hernimmt und sich da die Leistungsdaten anschaut, was Apple theoretisch leisten kann in so einem MacBook, finden wir es sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant. Man muss natürlich auch die Erwartungen so ein bisschen dämpfen, denn wir denken nicht, dass Apple damit jetzt das Rad neu erfinden wird. Ich denke vor allem, die hauseigene Software wird zu Beginn einfach wirklich davon profitieren und ich denke, da werden sie auch erst mal noch nicht so aufs Gas treten und da richtig alles raushauen, weil man da auch langfristig, denke ich, das ganze Thema sich entwickeln lassen möchte und Intel dann doch auch noch ein bisschen in der Hinterhand braucht. Wenn ihr jetzt sagt, euch hat das Video gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr auch sagt, ihr würdet gerne weitere News über diese Apple-Chips haben, bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal und schallert die Glocke. Das war's für heute von den Lappen. Für heute sind wir raus, bis zum nächsten Mal. Tim Cook hat in der letzten vergangenen Developer-Developer-Developer-Conference und ist ja auf jeden Fall noch Apps Max. Heiler-Zack! Oh Mann, nochmal. Heiler-Zack! Ich kenne kein Wort richtig. Nochmal, Tim Cook. Ein Indie- Jetzt habe ich geschmackt. Heiler-Zack! Oh Mann! ...